Also Casillas diese Weekend League 2+, super was der gehalten hat, Varane 2+, Wahnsinn, Cancelo 3, weil er zu weit vorne war, Marquinhos 2+, super hinten gewesen, Hakimi war wieder zu viele Gewürze am Jagen, bekommt eine 3+, von mir, Paketa überraschend gut, 5 Sterne, 5 Sterne, so eine 2-Minus würde ich ihm geben, Baggio leider nur eine glatte 4, Katastrophe, Fred muss ich sagen, sehr sehr gut, kriegt eine glatte 2, Neymar, neu dazugekommen, 23 Spiele, 5 Tore, kriegt von mir eine 2+, er 9, glatte 1, 1-, weil er ein bisschen schlechter gespielt hat als sonst, CR7, der alles gegeben hat, um seinen Tots zu holen, Willkommen von mir, letzten Endes, eine glatte 1, super gespielt, in jedem Spiel getroffen, eine Maschine, aber am Ende hat es nicht gereicht.